Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es einen Food Haul geben und zwar keinen normalen, sondern einen veganen Food Haul. Ich habe mich nämlich entschieden die 30 Tage Challenge von Attila Wittmann zu machen und zwar hat er ein Buch rausgebracht, das nennt sich Vegan for Fit, das habe ich hier auch. Und da geht es einfach darum, dass man sich mal 30 Tage lang ohne tierische Produkte ernährt. Das würde ich gerne ausprobieren, weil ich ja auch gerne Neues ausprobiere und gerne neue Rezepte und Geschmäcker ausprobiere. Und deswegen habe ich jetzt aber erstmal nur für 4 Tage eingekauft, denn Gemüse wird schnell gammlig, das heißt man muss eben oft frisch einkaufen, also mindestens 2 Mal in der Woche. Und ja, deswegen seht ihr meine ersten 4 Gerichte. Wenn ihr euch interessiert, was ich so eingekauft habe, was auch manchmal wirklich sehr exotisch ist, dann bleibt dran! Als allererstes duft ihr mit ein Sojajoghurt. Das ist jetzt die Geschmacksrichtung Vanille. Ich habe auch noch einen normalen, aber ich wollte halt auch mal Vanille ausprobieren. Sojajoghurt habe ich schon mal gegessen. Er schmeckt eigentlich ganz okay. Nicht so säuerlich, also nicht so sauer wie ein normaler, aber auf jeden Fall essbar. Und das benutze ich so fürs Frühstück einfach. Für Müsli zum Beispiel. Als nächstes haben wir Himbeeren. Die habe ich 3 Mal mitgenommen und zeige sie euch jetzt nur einmal. Ja, auch für ein Frühstück, das mega lecker aussieht aus dem Buch. Das ist so ein Himbeereis mit so 2 Amaranth-Crackern. Auf jeden Fall sieht es mega lecker aus und ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Und dafür eben die Himbeeren. Da habe ich auch noch tiefgekühlte genommen. Das war jetzt einfach stellvertretend für alle Himbeeren. Dann brauchte ich noch für ein Patty-Rezept, also für ein Burger-Rezept, Seidentofu. Der unterscheidet sich vom normalen Tofu in dem Stück, dass er einfach eine andere Konsistenz hat. So ein bisschen wie Frischkäse, würde ich sagen. Den habe ich aus dem Bioladen. Ach so, ich werde euch die Preise jetzt nicht hinschreiben, da es wirklich relativ viel ist. Wenn euch irgendwas interessiert, sagt es mir gerne in den Kommentaren und dann sage ich euch auch, wie viel es gekostet hat. So, dann kam es zwar immer mit, Haferdrink. Ich mag Soja-Milch gar nicht, also die schmeckt mir überhaupt nicht. Aber Haferdrink ist ganz lecker und Mandeln-Milch ist auch mega gut. Genau, deswegen durfte das gleich 2 Mal mit. Ist auch für irgendein Rezept. Dann durfte noch mit von DM der Bio-Amarant gepufft. Genau, eben für dieses Frühstück, was ich euch gesagt habe, mit den Himbeeren. Bei veganen Gerichten darf man natürlich auch kein Käse nehmen. Und wenn man jetzt aber irgendwas überhaupt backt, dann ist es natürlich viel leckerer, wenn man es eben auch mit etwas überbacken kann. Und deswegen wird da oft Mandelmus benutzt. Jetzt habe ich das Mandelmus, das weiße mal mitgenommen. Da gibt es noch ein braunes. Ja, ich denke einfach vielleicht, dass das ein bisschen leckerer ist, weil das braune einfach mit Schale ist und dann wieder mehr so ein Vollkorn-Touch hat. Auch wenn es gesünder ist, ist es einfach nicht leckerer. Es ist leider so. Und ja, genau. Das wird da oft benutzt. Das wird auch oft für Soßen benutzt. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt, denn ich habe noch nie sowas probiert. Spannend, weil es eben sein musste und in einem Rezept vor kann, habe ich eben doch mal nochmal Sojamilch mitgenommen. Ich gebe dem allen noch eine Chance. Ich schaue jetzt mal, für was das ist. Beziehungsweise ich denke, also es wird nicht pur getrunken. Es wird mit anderen Zeug gemischt und gesüßt und alles. Und ich hoffe, dass es dann gut schmeckt und ja, dass man mich dann doch noch davon überzeugen kann. Ich habe ja auch vor, so Börre-Patties zu machen und ich glaube, dafür war der Sesam gedacht. Oder es war für die Brötchen vom Patty auf jeden Fall etwas davon. Dafür braucht man Sesam und da habe ich auch den aus dem DM mitgenommen. Dann habe ich noch Kakao mitgenommen. Es sollte Bio-Kakao sein, ist es hiermit auch, um Schokolade zu machen, was ich mir dann später auch mein Schokoladen-Müsli machen möchte, was auch in diesem Vegan-For-Fit-Buch ist. Und ich bin auch sehr gespannt, ob diese Schokolade an die normale Schokolade rankommt. Aus diesem Grund habe ich ihr auch Vanille mitgenommen und auch, um das Frühstück vielleicht ein bisschen zu verfeinern. Vanille ist eigentlich in fast allem gut, was süß ist und ja, genau. Deswegen Vanille. Dann stand in einem Rezept noch Cashew-Mousse und ja, diese Mousse sind auf jeden Fall auch sehr teuer. Ich glaube, die kosten so 6, 7, 8 Euro eins. Ich hoffe einfach mal, dass es diesen Monat langt. Also wir machen das ja erstmal eine Woche und wenn wir es gut fanden, machen wir es voll durch. Und ich bin echt auch gespannt, ob das anders schmeckt als das Mandel-Mousse oder ob das alles gleich schmeckt. Ja, Cashew-Mousse. Ein paar Rezepten stand auch drin, dass man sich Räuchertofu dafür nehmen soll. Es soll auch sehr gut sein als Speckersatz, wenn man das so würfelt, um zum Beispiel eine Spaghetti Carbonara zu machen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie das schmeckt. So etwas habe ich noch nie probiert. Natur-Tofu ja, aber Räuchertofu nicht. So, dann mal was Normales und zwar einfach getrocknete Tomaten. Da kann man einfach ein Pesto zum Beispiel draus machen. Ist, glaube ich, da sogar dafür gedacht oder für Ketchup oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber das werdet ihr auf jeden Fall auch sehen, weil ich mache natürlich auf jeden Fall ein veganes Food Diary. So, jetzt kommen wir mal zu dem Einkauf aus dem Aldi und aus dem Kaufland. Also wir waren zuerst bei Aldi und ich muss sagen, die haben mittlerweile wirklich auch ein super tolles veganes Sortiment. Also die haben ganz, ganz viel Tofu-Variationen als Hackfleisch. Ganz normales Tofu, was dann viel günstiger ist als das von Kaufland. Und ich hoffe, ich mache jetzt hier kein Rufmord oder sowas. Bei Aldi durften erst mal mit Möhren und zwar eine ganze Menge. Die sind auf jeden Fall für Soßen und auch manchmal für Nudeln. Und Spiralschäler habe ich mir nämlich auch gekauft. Den habe ich jetzt aber hier nicht mit reingenommen, weil es ist ja ein Foodhorn. Genau, also erst mal Möhren. Dann brauche ich auch für ein Rezept Chinakohl. Ganz bestimmt nicht so viel, aber damit kann man auch einen ganz leckeren Salat machen. Und zwar schneide ich da einfach ganz kleine, feine Streifen raus und tue das dann ganz normal mit Essigöl würzen. Und das schmeckt mega lecker. Dann durften Paprika mit. Dann durfte eingeschweißte Rote Beete mit. Ich hoffe ja, dass ich noch irgendwo Handschuhe habe, denn sowas färbt extrem. Und sowas kriegen wir auch nicht mehr aus Kleidern raus. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Ja, stand drauf Rote Beete. Es sollte auch eingeschweißt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es Bio ist, weil eigentlich sollte man alles als Bio nehmen. Aber es gab auch gar keine andere. Das ist, glaube ich, für ein Abendessen. Das werdet ihr aber alles in meinem Food diary sehen. Dann einmal Bananen. Die sind auf jeden Fall vegan. Und Finn liebt Bananen. Also die habe ich einfach so mitgenommen. Und man kann auf jeden Fall damit auch sein Frühstück aufpeppen. Und ja, Bananen dürfen bei uns nie fehlen. Dann Auberginen. Richtig schöne. Und zwar sind das der Ersatz für Lasagneblätter. Also diese Nudelblätter. Da wird eine leckere Gemüselasagne draus gemacht, die man dann abends isst. Dann eine Gurke. Dann mal Zucchini. Zucchini wird auf jeden Fall öfter gegessen bei uns jetzt. Weil sehr oft einfach die Gemüsenudeln aus Zucchini bestehen. Und ich habe das auch so schon gegessen. Das könnt ihr auch mal zum Beispiel mit Bolognese essen. Schmeckt wirklich mega lecker. Ich glaube, es sind Zucchini-Nudeln. Und da macht man das Mandelmus irgendwie als Soße mit drauf. Irgendwie. Ich glaube, sowas habe ich gelesen in dem Rezept. Dann rote Zwiebeln. Das ist auch für ein Rezept. Und die Zwiebeln sind eben ein bisschen milder als die weißen. Ich mag gar nicht die weißen lieber, weil ich liebe Zwiebel. Und einmal Tomatenmark für Tomatensoßen. Dann durften wir einmal mit Mandeln. Und einmal Haselnüsse. Süßkartoffeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder werden da Chips draus oder es werden Pommes draus, glaube ich. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich kenne Süßkartoffeln. Habe damit mal Pommes gemacht. Die haben überhaupt nicht geschmeckt. Aber das heißt ja, wenn man was dreimal gegessen hat, mag man es. Also bin ich mal gespannt, ob das bei mir genauso ist. Und gesund sind sie auf jeden Fall sehr. Dann einmal ganz normale Kartoffeln für diverse Sachen. Brokkoli. Ich liebe Brokkoli, ja. Ich finde Brokkoli richtig lecker. Zuckerschoten. Auch für irgendein Rezept, was ihr sehen werdet. Dann hier nochmal Sesam. Ich habe ja vorher noch einen Sesam umgeschält. Das ist jetzt aber ein geschälter Sesam, weil ich brauche einen dunklen und einen hellen Sesam. Und ich glaube, dass einfach der ungeschälte eben der dunkle ist und der der helle dann. Dann einmal Sesamöl. Das war auch in einem Rezept drin. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich anders schmeckt als anderes Öl. Denn bis jetzt kam es mir immer so vor, als würde es alles gleich schmecken. Ich kann es mal dran riechen. Jetzt kann ich es ja auch machen. Das wird ja eh bald benutzt. Oh, das riecht sehr nach Sesam. Also schmeckt auch nach Sesam. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ich denke mal, dass man damit vielleicht die Fettis dann dreht. Voll die kleine Flasche und die war echt teuer. Also ich hoffe, ich habe da dann auch wirklich was davon und das hat sich gelohnt. Dann haben wir hier noch zuallerletzt ein Johannisbrotkernmehl. Bindefix für Warmspeisen. Genau. Ja, also ich glaube einfach, das ist so was wie Stärke. Und man kann es auch als Ei-Ersatz nehmen, so als Bindemittel. Also ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt war. Aber ich glaube, es kam auch öfter vor. Schließlich darf man ja auch kein Ei nehmen. Und ja. Bin sehr gespannt, für welches Rezept das ist. Also wie ihr merkt, ich habe jetzt nicht von jedem Rezept gewusst, für was es ist. Es liegt einfach daran, weil viele Sachen dabei sind, die ich nicht kenne. Ich habe zum Beispiel gerade Sesamöl oder dieses Johannistraut. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und das war es auch schon mit meinem veganen Food Haul. Ich hoffe, der Food Haul hat euch auf jeden Fall gefallen. Und hat euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht auf mein Food Diary, das dann demnächst kommt. Ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt, wie das alles schmeckt. Werde ich das auf jeden Fall verraten. Also was gut aussieht, muss nicht gleich gut schmecken. Falls ihr vielleicht euch auch vegan ernährt und ein paar Tipps habt, was wirklich lecker schmeckt, was ich unbedingt probieren sollte, dann sagt mir das. Ich habe es jetzt ja erst für vier Tage eingekauft. Und eine Woche machen wir auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar schreiben. Ich freue mich immer mega über eure Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.